Musik Unser gemeinsames Wels ist eine überschaubare Stadt, einfach lebens- und liebenswert. Die Bevölkerung schätzt in einem sehr hohen Ausmaß die Lebensqualität. Diese Lebensqualität zu sichern und dort, wo es notwendig ist, zu verbessern, ist mir ein Herzensanliegen. Ich werde mich dafür einsetzen und bitte alle, mich dabei zu unterstützen. Damit wir dieses Ziel erreichen, ersuche ich Sie und Ihr Vertrauen auch am 27. September.